Witz und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Unterstützung von CenterDevice. Das ist eine Wolkenlösung. Ich würde sagen, hauptsächlich für den Business-Bereich gedacht. Das ist also eine Möglichkeit, um Dateien zu teilen, schnell und konsequent. Die Zusammenarbeit ist einfach, wenn die Informationen sozusagen im Fluss sind. Man kann Files und Fakten und Dateien und Ordner über Drag & Drop in Sammlungen bündeln und mit Kooperationspartnern teilen. Und hoffentlich damit dann die Projekte so ein bisschen sinnvoller gestalten. Ihr könnt mit CenterDevice Informationen intern im Team und Gruppen teilen oder auch an externe Einzelpersonen weitergeben. Die Dateigröße ist für einzelne Dateien auf 5 GB beschränkt. Das ist nur eine ganze Menge. Und das beinhaltet natürlich auch, wenn ihr irgendwie Zip-Dateien oder 7-Zip oder irgendwelche Archiv-Dateien dort hochladen möchtet. Ihr könnt solche Sammlungen dann über einen externen Link teilen, passwortgeschützt oder zeitlich begrenzt gültig. Entweder als Download oder auch nur zur Ansicht. Und die Suche ist auch jeweils integriert. Das heißt, über solche Sammlungen, über euren Team-Ordner könnt ihr auch direkt in der App und in der Websuche dann suchen. Ihr könnt, das ist eigentlich selbsterklärend. Man muss sich nicht groß einarbeiten. Ihr könnt einfach davon ausgehen, dass jeder, der da drauf stößt, in der Lage ist, mit dieser Dokumenten-Cloud zu arbeiten. Einfach zuverlässig und sicher. Und was ich letztes Mal auch schon gesagt hatte, wenn ihr viel oder regelmäßig in der Firma Informationen, Kataloge, Medien, Presseverteiler und solche Sachen habt, die ihr weitergeben möchtet, dann könnt ihr einen größeren Verteiler erstellen und dann könnt ihr kostenlose Gastzugänge vergeben. Dass man einfach sagt, okay, ich habe hier einen Link. Dieser Link hat ein Lese- oder Downloadrecht und dafür könnt ihr unbegrenzt viele Adressaten als Gäste in den eigenen Account einladen und denen dann Zugriff auf so ein Medien-Mailing oder sowas geben. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. 30-Tage-Test ist kostenlos. Das ist ein Preis und zwar 5 Euro netto pro Monat pro Nutzer. Normalerweise sind dann 25 GB im Teamspeicher, wenn ihr über unseren Link reingeht, centerdevice.de, Slashpitz und so, dann sind es 50 GB. Die Gastzugänge sind kostenlos und ihr könnt einfach dann interne und externe Nutzer flexibel hinzu- oder abbuchen. Einfach mal 30 Tage ausprobieren, centerdevice, keine Kündigung ist nötig. Die Testphase läuft ansonsten automatisch aus. So, centerdevice.de, Slashpitz und so, herzlichen Dank für die Unterstützung. So,